Weckutstuff tut Hunden Gutes. Wir lieben Hunde und wir lieben es, wenn es ihnen gut geht. Deshalb haben wir uns aufgemacht, Hunde so zu ernähren, wie das die Natur für sie vorgesehen hat. Besonders simple Rezepturen mit einem besonders hohen Frischfleischanteil werden besonders schonend hergestellt. Unsere Frischmix-Methode garantiert, dass hochwertige Rohstoffe so schonend verarbeitet werden, dass möglichst viele wertvolle Nährstoffe beim Hund ankommen können. Die reduzierte Rezeptur und die hohe Rohstoffqualität machen The Good Stuff besonders gut verträglich. The Good Stuff ist natürlich getreidefrei, immer Single-Protein und wir beziehen unsere Rohstoffe so regional wie möglich, damit sie mit gutem Gewissen füttern können. Entwickelt in Österreich, hergestellt in Deutschland. The Good Stuff tut Hunden Gutes.